Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Xperia Musi 2. Wir befinden uns jetzt wieder mal, wie angekündigt, auf der Karte Lämmtal V3 Updated. Wir fahren jetzt die Linie 33 von Grünhöfchen nach Kleinsteinburg, Alpe Walle. Das Ganze mit dem WEB Zitaro. Ach du Scheiße. Äh, war es irgendwie, ja doch, war es so, boah. 33, Rute 01 vielleicht. Ja, guck mal, passt doch. Genau, Kleinsteinburg, Alpe Walle. Machen wir mal die Tür noch. Hallo. Achso. So, hier müssen wir mal. Einen Tacken leiser machen. Hab ich jetzt überhaupt leiser gemacht? Ja. Würde sagen, ja. Klingt fast so. Naja. Du gehst bitte mit drin da in den Spiegel. Ja, gut, 20 Sekunden vor Abfahrt können wir mal abfahren. Okay, gut, wir lassen die hier aber hier noch vor, sonst komm ich da nämlich nicht rum. Da ist mir jetzt die volle Kalle reingefahren. Aber das macht nichts. Das kann man halt nicht ändern. Oh. Oh. Ohlala, jetzt muss ich noch was abändern, gucken wir mal wie ich das hinfüge. Meine Ommsee nehme ich nach der letzten Phase nicht neu gestartet und deswegen habe ich jetzt noch diesen scheiß Ring so. Das ist ein bisschen blöd. Ohlala. Das ist ein bisschen blöd. 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 Das ist ein bisschen nervig. Auf Dauer. Und vor allem auch laut. Wenn das zu laut ist, aber mein Mikro ist immer noch lauter als ich. Also von daher passt das immer noch ganz kurz. Ich bin ja genau ich so mit den Weideaust zu holen. Jetzt also weiß ich was man meint mit Weideaust holen. Okay, aber nicht so. Ich habe die Linie gar nicht mehr in Erinnerung. Ich bin die so selten bisher gefahren. Das ist echt krass. So, kommen wir mal hoch. Das war das Falsche. Hallo. Guten Tag. Einmal normal. Ja, Moment. Danke. So, ich habe ihn wegbekommen. Das wird jetzt einfach auf. Das ist auch mal nicht geändert. Nicht auf bestes Wetter. Dann geht das auch. Nächste Haltestelle. Lämmertal-Bürgenforst. Nicht mehr. Nicht mehr. Guck mal. Tschüss. Du bist nicht da. Guck mal. Nächstens reich wieder. Die Eischel. Nächste Haltestelle, Leventail, Altbrunner Weg. Nächste Haltestelle, Leventail, Altbrunner Goethe, Theater, Taita. Hallo. 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 Perfekt. Können wir euch mal rechts abbiegen. Bordstein heißen, jawohl. Perfekt. So. Der hört ja gut. Nächste Haltestelle, Leventail, Altbrunner. Leventail, Altbrunner, Altbrunner. Man weiß ja nie, ob der Bus hinter mir ist. Ich habe ein bisschen gepennt beim Rensen. Nehme ich zu. War arg zu früh. Oh ne, das geht noch. Ich habe auf Telegram 22 da recht. Läuft. Wenn es sonst nichts ist. Ja, ich bin teilweise nebenbei am Handy. Das gebe ich ja zu. Aber nicht während der Fahrt. Ja. 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 So, dann kommen sie mal rein. So, dann kommen sie mal rein. So, dann kommen sie jetzt in. So, dann kommen sie mal rein. 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 So, war irgendwas? So, dann kommen sie mal rein. So, dann kommen sie mal rein. So, dann fahr ich halt. So, dann fahr ich halt. So, dann kommen sie mal rein. Hallo. Ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs. Nichts. Fahren wir eigentlich? Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Hallo. Danke oben. Ja. Wir fahren jetzt, dann... Oh na gut, jetzt Echergäste, Höfel, Leidensplatz, Hauptbahnhof, Bressen, Auflauts, Witzfuß, genau. Ach und dann fangen wir... So, okay. Und dann fahren wir rüber nach Hochstrunt. Nach Hochstrunt. Ja, wenn wir noch die Schnur passt, oder? Ja, vielleicht will man mehr. Dann ziehen wir mal auf die linke Spur hier. Nächste Heizestelle, Lempenthal, Bonnerkürtel und Sichergasse. Läuft auf jeden Fall. Da war ja auch nicht so. Da war ja auch nicht so. Da war ja auch nicht so. Da war ja nicht so. Da war ja auch nicht so. So. Halt, 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 halt. Hallo. 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 Tag. 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 Na ja, würdest du mal schalten, bitte? Danke. Geht doch, man muss nur meckern. Guten Tag. Wie ist der Traumfahrt? Nächste Haltestelle, Lemental Pöffel. Die Spiro spielt wieder. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächste Haltestelle, Lemental-Wilts-Version. Diese Kassel muss ich nicht verstehen. Guten Tag, ich hätte gerne eine Kuss mit dir. Dankeschön. Vielen Dank. Oh Mann. Hoppala. Da kann gerade ein LKW. Ich weiss, sie war rot, aber das war mir jetzt egal. Oh Mann. Hm hm. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle 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 Nächste Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste 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 Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle